Hallo Netz, willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit dem Titel, was dir deine Kanzlei in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung bieten kann. Dafür haben wir die Arbeitgeber in verschiedene Gruppen eingeteilt und da muss man ganz klar sagen, das soll auf die breite Masse zutreffen. Ausnahmen bestätigen bekanntlich, aber die Regel, das heißt, auch wenn du dich zu einer speziellen Gruppe zählst, kann es natürlich im Einzelfall etwas anders bei dir ausschauen. Aber für die breite Masse wollen wir das heute einmal besprechen und wie gesagt, haben wir dafür verschiedene Gruppen eingeteilt und natürlich verschiedene Kategorien, die wir im Einzelnen besprechen wollen. Die sehen wir auf der linken Seite. Ich beginne einmal mit der Einteilung, einmal Großkanzleien, beispielsweise die Big Four, dann der Mittelstand, das ist natürlich ein relativ breites Spektrum, kleinere Kanzleien oder Familienkanzleien, die grundsätzlich natürlich auch eher als kleine Kanzlei aufgebaut sind. Das ist relativ vergleichbar, aber natürlich mit ein paar Besonderheiten. Deswegen haben wir die hier einmal extra aufgeführt und die Selbstständigen haben wir auch rausgelassen. Da haben wir schon viele Videos zugebracht und werden wir auch zukünftig natürlich wieder weitere spezielle Videos bringen, weil das auch sehr individuell ist und gar nicht unbedingt vergleichbar mit diesen Vieren. Und von daher starten wir einmal. Wir haben das Thema der Freistellung, ganz wichtiger Punkt, die Arbeitszeit und die Arbeitsbelastung, die Förderung durch den Arbeitgeber und das Gehalt und ob es Ansprechpartner für das Prüfungsunterfangen gibt, beziehungsweise die Art der Tätigkeiten in Bezug auf die Sinnhaftigkeit bei der Steuerberaterprüfungsvorbereitung. Beginnen wir einmal mit dem ersten Punkt der Freistellung. Bei größeren Kanzleien, Big Four, ist das meistens vorgegeben, dass man eben gerade im Erstversuch einen gewissen Zeitraum zur Verfügung hat, um in diese Freistellung zu gehen und sich vollkommen abzukapseln von der Arbeit und sich da eben voll und ganz auf dieses Projekt konzentrieren zu können. Das ist natürlich im Einzelfall vielleicht noch verhandelbar, verlängerbar. Manchmal kann man auch erst später hin oder in die Freistellung reingehen, weil gewisse Sachen noch zu erledigen sind. Aber in der Regel ist das eine sehr, sehr klar durchstrukturierte Planung hier bei den größeren Kanzleien. Im Mittelstand ist das in der Regel sehr, sehr frei verhandelbar, gerade weil es Ersatzmöglichkeiten gibt. Dann ist immer eine Frage, inwieweit kann man sich das erlauben, was wird gefördert, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es ist durchaus üblich und möglich, gerade auch im Mittelstand da eine Freistellung zu bekommen. Die kleineren Kanzleien, da ist das Ganze schon in der Regel relativ schwer, insbesondere wenn es über einen längeren Zeitraum gehen soll. Problem ist in der Regel, dass man keinen Ersatz für dich oder die jeweilige Person findet. Dadurch, dass man eh so klein ist, sind die Vertretungen, jeder macht ein bisschen was mit, relativ schwer zu organisieren. Einerseits, weil es eben wenig Personal gibt in den kleineren Kanzleien. Und auf der anderen Seite, man teilweise natürlich alleiniger Spezialist für gewisse Tätigkeiten in der kleinen Kanzlei ist, sodass Vertretungen auch inhaltlich teilweise, je nach Organisation, relativ schwierig zu organisieren sind. Und man dann teilweise eben noch mit eingebunden wird und keine so lange oder eben keine dauerhafte Freistellung möglich sein wird. Teilweise, im Einzelfall, je nach Aufgabenbereich. In Familienkanzleien ist das in der Regel sehr individuell. Und gerade auch, weil das meistens im Voraus sehr, sehr lang geplant wird, ist das sehr, sehr gut möglich. Auch über einen längeren Zeitraum. Problem sind da eher die Prüflinge. Das heißt, man kann sich teilweise natürlich auch sehr schwer lösen von der Arbeit, weil das eben natürlich der Familienbetrieb ist. Auch wenn man auf dem Papier vielleicht noch nicht Eigentümer ist, ist man natürlich ein bisschen intensiver involviert. Auch in die Kanzleiabläufe und auch, dass alles funktioniert, ist natürlich auch mehr, in der Regel fühlt man sich mehr verantwortlich für die Erledigung der Aufgaben, als wenn das jetzt eine fremde Kanzlei ist. Das zur Thematik der Freistellung ist hier aber auch durchaus mit üppigen Zeiten möglich, sehr individuell in der Regel. Thema Arbeitszeit und Belastung. Big Four, große Kanzleien, sind im Regelfall sehr, sehr anspruchsvoll, was die Arbeitsbelastungen angeht. Und die Arbeitszeiten, da sind 60 Stunden, Wochen, je nachdem, ob es jetzt eine Busy Season ist, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, nicht unüblich. Muss nicht unbedingt der Standard sein, aber ist es durchaus möglich und man kann, glaube ich, festhalten, im Vergleich zu kleineren Arbeitgebern, dass die Belastung schon immens ist. Gerade auf dem Level Associates Grade ist das auf jeden Fall meistens, so meine Erfahrungen, sehr, sehr intensiv, was die Anforderungen anbelangt. Dann im Mittelstand ist es durchaus ausgewogener, gerade im Vergleich zu größeren Kanzleien. Hier gibt es natürlich auch gewisse Busy Season, wo man das phasenweise vielleicht auch mal ein bisschen intensiver hat und auch in der einzelnen Kanzlei durchaus mal möglich. Aber es ist durchaus durch die Bank weg, kann man mehr oder weniger sagen, im Vergleich zu beispielsweise Big Four deutlich humaner, was gewisse Belastungsspitzen auch anbelangt. Bei kleineren Kanzleien ist das sehr individuell. Das heißt, je nachdem, welche Tätigkeit man hat, kann es zu phasenweisen Belastungsspitzen kommen. Beispielsweise, wenn man jetzt primär für die Umsatzsteuervoranmeldung verantwortlich ist oder gewisse, ja, am 10. dann logischerweise, um und bei dem 10. da viel zu tun hat. Und dass es immer so, ja, schübeweise kommt, dass eben gewisse Sachen sehr, sehr umfangreich zu erlegen sind oder wenn Steuererklärungsfristen da sind, logischerweise. Und ansonsten ist es aber ausgewogener als im Bereich Big Four auf jeden Fall. Bei den Familienkanzleien ist es durchaus, sage ich mal, möglich oder wäre es häufig möglich, sage ich mal, sich mehr zurückzuziehen aus Sicht von den Eltern beispielsweise, die die Kanzlei vielleicht leiten. Aber man selber hat natürlich auch eine gewisse Verantwortlichkeit, ist vielleicht auch gerade mittlerweile für die technischen Sachen verantwortlich im Unternehmen, im Betrieb, in der Kanzlei. Und da sich sozusagen rauszuziehen und zu sagen, ja, meine Eltern kriegen das schon ohne mich hin, ist meistens eher unüblich. Und da muss man eher sozusagen schauen, dass man sich nicht zu sehr einbringt und eben auch den Prüfungserfolg nicht aus den Augen verliert. Dritter Punkt, die Förderung durch den Arbeitgeber und das Thema Gehalt. Bei den Big Four großen Kanzleien ist es häufig so, dass man ein relativ üppiges, muss man sagen, Förderbudget im fünfstelligen Bereich sogar bekommt und das, sage ich mal, relativ frei auch einsetzen kann. Sei es für ein Masterstudium im Vorwege oder eben auch für gewisse Kurse, dass man eben sehr, sehr gut einsetzen kann für die Prüfungsvorbereitung im Austausch in der Regel gegen vertragliche Bindung danach. Das heißt, diese Rückzahlungsmodalität muss man immer im Auge behalten. Aber ansonsten sind die Gehälter im Vergleich zu kleineren Kanzleien in der Regel auch besser oder größer. Muss man natürlich immer abwägen mit den anderen Punkten, ob das sich lohnt, sage ich mal, mehr zu verdienen in der Phase oder eben auf andere Faktoren setzen möchte. Und bei dem Mittelstand ist es so, dass das Förderbudget eher seltener gewährt wird. Das ist natürlich auch Einzelverhandlungssache oder es auf jeden Fall geringer ausfällt als der fünfstellige Betrag häufig hier in den Big Fours oder Großkanzleien. Und das muss man natürlich dann eben gezielter einsetzen, das Ganze, oder eben auch da individuelle Vereinbarungen treffen. Bei den kleinen Kanzleien ist es so, dass es je nach dem persönlichen Status teilweise immense, sogar Komplettförderungen möglich sein könnten. Da haben wir viele Beispiele kennengelernt. Wo der Chef beispielsweise die Person, dich vielleicht auch als Nachfolger, Nachfolgerin aufbauen möchte und deswegen sehr, sehr viel Geld eben auch investiert in deine Prüfungsvorbereitung und durch diese Fördermaßnahmen eben mehr oder weniger alles abgedeckt wird. Bis zum Teil natürlich, da muss man auch individuell schauen. Aber wenn du sozusagen als Nachfolger aufgebaut werden sollst, dann ist es so, dass dich da in der Regel auch eine gute Förderung erwartet. In der Familienkanzlei ist es eigentlich Usus, dass der Arbeitgeber sämtliche Förderkosten übernimmt. Also der Familienbetrieb mag es auch Ausnahmen natürlich von geben, aber man kann schon sagen, dass natürlich den Eltern die Ausbildung dahingehend auch sehr, sehr wichtig ist. Und dass das Ganze natürlich auch so betrieblich abgesetzt werden kann, dass es natürlich auch sinnvoll ist, wenn man die Möglichkeiten hat und natürlich auch den Nachfolger aufbauen möchte, die Nachfolgerin. Und das Ganze dann auch übernimmt. Gehalt ist natürlich dann auch immer individuell verhandelbar. Ansprechpartner, Thema Ansprechpartner, eben auch Mitstreiter. Big Four oder größere Gesellschaften haben häufig zentral jemanden, der sich so ein bisschen auch um die Prüfungsvorbereitung kümmert. Muss jetzt nicht unbedingt bei der Big Four sein, aber eben auch in größeren Kanzleien. Da geben wir immer auch ganz gerne Seminare bei den Arbeitgebern, die eben über bundesweiten Einsatz, sage ich mal, auch viele Leute haben, die jeweils in die Prüfung gehen. Wo es sich dann auch lohnt, sage ich mal, größere Seminare für die Leute zu veranstalten. Und da hat man eben auch gewisse Mitstreiter, ja, Leidensgenossen aus der eigenen Firma, die in die Prüfung gehen. So, dass man sich da auch, sage ich mal, in Lerngruppen relativ gut zusammenfassen kann oder zusammentun kann. Und das Ganze ist so ein bisschen durchstrukturierter. Umso kleiner man wird, eher weniger. Das heißt gerade, dass es keinen zentralen Ansprechpartner für die Prüfung gibt. Und vor allem, dass, oder genau, dass der Punkt Mitstreiter sind dagegen aber schon möglich. Weil man natürlich auch pro Jahrgang mehrere auf dem Level hat. Und dann kann es schon sein, dass man da mit mehreren in die Prüfung geht. So, dass man da auch Mitstreiter schon im eigenen Unternehmen hat, mit denen man das Ganze vielleicht auch gemeinsam durchziehen kann. In kleineren Kanzleien ist es sehr unüblich, dass man da einen Ansprechpartner hat, außer den eigenen Chef vielleicht, der einem da vielleicht nochmal Tipps an die Hand gibt oder geben möchte. Ob das sinnvoll ist, je nachdem, wie lange das auch her ist, ist eine andere Frage. Mitstreiter sind in der Regel aber nicht vorhanden. Dadurch, dass man jetzt nicht jedes Jahr mehrere in die Prüfung schickt bei kleineren Kanzleien. Das kann natürlich durch Zufall mal zustande kommen, aber ist unüblich. Und bei Familienkanzleien, außer man hat vielleicht einen Zwillingsbruder, eine Zwillingsschwester, wo man das Ganze gemeinsam dann angeht und beide den Betrieb übernehmen sollen. Oder man beispielsweise eine ältere Bruderschwester hat, die dann vielleicht im ersten Versuch das Ganze nicht geschafft haben, im zweiten oder dritten Versuch dann sind und man dann dadurch als jüngeres Geschwisterkind dann gemeinsam nochmal mit dem anderen Geschwisterkind in die Prüfung geht, ist natürlich möglich, aber auch nicht unbedingt üblich. Dann zu den Tätigkeiten. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, sich, sage ich mal, in der Praxis auf die Prüfung vorzubereiten. Denn in den Großkanzleien, das war bisher, sage ich mal, in dem Bereich relativ positiv, hier muss man natürlich sagen, es ist schwer häufig, die Prioritäten richtig zu setzen, weil die Arbeit doch dann in der Phase vor der Freistellung relativ stark einem zehrt, sodass es häufig eher vernachlässigt wird, das Prüfungsunterfang, hier relativ positiv anzusehen gewesen ist. Und bei den Tätigkeiten, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, man muss da schon festhalten, ist es teilweise sehr, sehr speziell. Das heißt, es gibt natürlich spezialisierte Abteilungen, wo du in einem Fachbereich vielleicht der Experte bist. Es kann sein, dass dieser Teil aber gar nicht im Examen drankommt oder eben voraussichtlich, wenn überhaupt, in einem kleineren Umfang, sodass dich das, was die Tätigkeit in der Praxis anbelangt, jetzt nicht unbedingt extrem positiv fördern wird. Bei den Mittelständlern ist es so, dass es dann auch doch eher speziell ist in der Regel. Also man ist kein Generalist und für alles zuständig. Die Tätigkeiten sind aber vielleicht ein bisschen breiter, als dass es jetzt sozusagen reine Spezialabteilungen gibt, wo man dann tätig ist. Beispielsweise hier hat man natürlich eigene Abteilungen für Fremd, für Vergleichspreise, für Investmentsteuerrecht und für internationale Steuerrecht und so weiter und so fort. Oder man ist im M&A-Tags-Geschäft unterwegs. Ganz, ganz viele Bereiche, wo man sehr spezialisiert arbeitet. Und hier ist es dann eher so, dass man schon mehr auch an der Basis ist und mehr mitbekommt vom Umfang her. Aber nicht vergleichbar mit dem Arbeitspensum in der kleineren Kanzlei, wo man ganz viele verschiedene Tätigkeiten hat. Das heißt, da wird man nicht nur Einkommenssteuer machen, sondern hat eben auch Betriebe, Bilanzen vielleicht, Einnahmeüberschussrechner. Man hat die Umsatzsteuer, man hat die Gewerbesteuer. Man guckt sich alles an von einem Mandanten, den man in der Regel vollumfänglich dann auch betreut, sofern die Kompetenz das zulässt, sodass man hier wirklich einen breiten Einblick bekommt, auch in die ganzen Tätigkeiten, was für das Examen natürlich förderlich ist an der Stelle. Ähnlich eben auch in den Familienkanzleien. Außer man ist etwas größer und möchte sich auf einen gewissen Bereich reduzieren. Dann ist das natürlich auch anders möglich. Aber umso kleiner man wird, desto breiter ist man in der Regel aufgestellt und hat dadurch eben mehr Einblick in gewisse Bereiche, was die Prüfung aus der Praxissicht anbelangt. Muss nicht immer der zwingende Vorteil sein, weil man teilweise auch sich schwer tut, dann in die Theorie reinzukommen, weil die Klausuren natürlich schon anders sind. Aber das Wissen ist in der Regel natürlich schon förderlich. Das waren jetzt fünf Kategorien, vier verschiedene Arbeitgeber einmal unterteilt. Ich hoffe, dass du für dich mitnehmen konntest, was dich bei dem jeweiligen Arbeitgeber erwarten kann, dadurch, dass viele auch innerhalb oder kurz vor der Prüfungsvorbereitung Wechsel vornehmen, was den Arbeitgeber anbelangt. Gehalt in der Phase, muss man ganz klar sagen, ist nicht alles. Das heißt, gerade bei den Big Four, wenn man schaut, okay, bis zur Freistellung, wie viel hast du de facto für deine Prüfungsvorbereitung getan und das so minimal gestaltet ist, dann ist die Frage, lohnt es sich dann wirklich, dieses zusätzliche Gehalt zu haben oder rentiert sich das später, wenn du im ersten Versuch deine Prüfung dann doch eher bestehst, und da, sag ich mal, auf Nummer sicher gehst, dass du dich auch neben der Arbeit auf dieses Prüfungsunterfangen sehr, sehr intensiver konzentrieren kannst. Dafür hast du eben eine Freistellung. Du hast Ansprechpartner, Mitstreiter und ein Förderbudget. Unterschiede, die man da rausarbeiten muss, was ist dir wichtig, was brauchst du auch, um erfolgreich zu sein, damit das Ganze auch für dich funktioniert. Das ist individuell, wenn du dabei Beratung brauchst, wenn du generell in deinem Prüfungsunterfang eine Beratung brauchst oder eben auch vollumfängliche Unterstützung, ganzheitliche Unterstützung, dann bist du sehr gerne eingeladen, dich einmal bei uns zu melden auf www.esh-examspoaching.de und dann schauen wir, inwieweit wir dich in deinem Prüfungsunterfang auch unterstützen können. Ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Marlo.